Herzlich Willkommen zum vorerst letzten Guide zu Magic. Marsch der Goblins ist diese Herausforderung jetzt Nummer 10. Wenn ihr noch in Zukunft weitere Vorschläge habt, bezüglich Guides für Magic oder anderen Games, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde dann versuchen dafür Guides zu machen oder halt eure Fragen bezüglich Magic zu beantworten. Dann nehmen wir gleich mal los. Die Herausforderung ist an sich auch nicht schwierig wieder. Als erstes spielen wir den Rädelsführer aus. Aktivieren die Tempelglocke, genau. Greifen dann mit all unseren Goblins an. Seine Engel hat mal Live Leech. Deswegen müssen wir gleich dafür sorgen, dass die Kreaturen, die die Engel blocken, von uns zerstört werden, bevor der Schaden ausgeteilt wird. Deswegen drücken wir jetzt ganz schnell Pause. Nachdem er den Bock deklariert hat, spielen dann Chandra's Wut auf uns. Wir nehmen wieder Kreaturen als Ziel. Wir wählen dann einen der Plünderer. Und entsorgen den letzten Plünderer, der geblockt wurde mit dem Bauchschuss. Und somit kommen auch genau 14 Schaden durch. Das war's denn. Ich wünsche euch allen viel Glück dabei. Und noch frohes Zocken, euer Kashi.